Auf dem Desktop werden die Symbole Computer, persönlicher Ordner und Müll angezeigt. Ebenso werden die Dateien, die im persönlichen Ordner im Verzeichnis Desktop angesiedelt sind, angezeigt. Das Anzeigen kann ich abschalten. Dazu klicke ich auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, mache einen Doppelklick auf Apps, auf Nautilus, klicke einmal auf Preferences und gehe zum Schlüssel Show Desktop, entferne dort das Häkchen und es sind keine Symbole mehr zu sehen.